Ein recht herzliches Willkommen zurück bei TheTechnomancer. Ja, in der letzten Folge haben wir Eliza ein Pet übergeben. Und über Prostitution und was die Informationen drin beinhalten. Jetzt machen wir natürlich weiter. Wir müssen ja immer noch zur Volksversammlung und Victorin X schicken. Und dann müssen wir noch irgendwie die Freundin von Nisha finden. Damit ich hier nochmal in den Schuppen kann. Bam! 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 Wir haben noch so viel zu erledigen. Ich hoffe, wir kriegen das alles jetzt in dieser oder nächsten Episode mal... ...fertig. So. Jawoll. Danke. So, wohin muss ich ihn jetzt eigentlich? Ähm... Gehe zurück zu Simon Judge, dem obersten Richter für den Buchmacher. Äh... Gehe mit Scott und Amelia zum Schuppen. Ich kann nicht in den Schuppen und in O4. Das geht nicht. Trifte ich mit dem Versammlungsmitglied? Das können wir allerdings machen. Wir können zu Simon Judge oder dem Versammlungsmitglied gehen. Ah... Das können wir gerne machen. Aber ich würde mich hier orientieren, wohin ich muss. Mit dem Rücken zur Wand. Da lang. Dort hin. Wie gut, dass ich die Leute nicht getötet habe. Vielleicht würde es noch, äh... ...negativ sein, wenn Victor erfährt, dass ich die Leute töten würde. Da bestimmt so ein Punkt... Er hat unsere Leute getötet! Dutzende Leute! Gott sei Dank habe ich das nicht getan. Oh Gott, diese Fieke nerven mich. Das ist unglaublich. Warum? Warum? Fliegt ihr noch? Au! Hier, nenn das! Ja... Ey! Hallo? Mistvieh! Gott! Diese Fächer stören mich sowas von. Wir sind immer da, wo wir sie nicht brauchen. Immer zugegen. Jetzt geh ich mal zu den anderen. Die Maulwölfe sind wieder da! Juhu! Juhu! ich muss ja genau ich muss ja hier lang zu den slums ich war auf der richtigen spur oder ja ich habe der richtigen spur das ist man schon echt so verwirrend dann schützen wir euch mal wieder oder beschlagen euch in die uferslosigkeit gehen wir mal in die slums rein die slums die schlums wo sind die leute zu finden einmal ja kann ich da nicht da fehlt mir nie schon im weg so ich muss jetzt einmal ach ich muss trotzdem den weg nehmen wir als versammlungsmitglied und simon judge ok vielleicht wieder im leben halloo 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 komm mal leid Ich hab den Waffe weg. Ich bin über die politischen Auswirkungen der St. Gandalf und Victor informiert worden und deine Rolle, in dem sie herauszufinden. Mit der Assemble und der Aufruhr versucht mein Gruppe eine Stanz gegen den Chaos zu finden. Er muss für den Garten der Abundanz gegründet werden. Du kannst jung sein, aber du bist wunderschön. Victor ist in einer prekärischen Position. Und wenn seine Hände an einem Stag sind, werden seine Alli-Alleister ihn anzunehmen. Es ist besser, um den Schiff zu fahren, bevor der Crash. Ich, für jedenfalls, habe nie von seinen Methoden geprüft, aber die Ergebnisse sind immer effektiv. Die Winde sind geändert, das Momentum ist geändert, und wir müssen unsere Objektion zu seiner Brutalität zeigen. Nein! Nein! Wir müssen über die Auswirkungen der von Victors Methoden auf der Bevölkerung reden. Schau rund um dich. Siehst du die Leute? Sie sind Angst. Sie sind Angst. Sie sind Angst. Victorin incessant Intrusion hat die Privatsphäre ihrer Leben, ihre Beziehungen verhindert. Sie fühlen sich nicht mehr frei. All dieses Wisselbläufe hat unser Gefühl der Gemeinschaft. Keiner vertraut sich an uns. Und Vendettas und Missverständnisse haben die Innozenten verabschiedet, verabschiedet oder verabschiedet. Bei der ASC gewinnt. Colonel Victor wird nicht weiterhauen, sehingga den Haser sie fl앙schied zu überwinden, oder »�verleten« aus, zu der Beziehung der Revolution. Du dintrust ein sehr kubel. Was du sagen kann passieren passieren, ich angst. Victor spielt mit Feuer, und die Flammen growe mit jeden Tag passender. Wir können die alle. Wir werden alle, Parbeitern, unsere Forscher, unsere US und sie werden die Kasteln zu! Über die Schwächung der Armee reden. Oh mein, ich wusste nicht, Victor hat Dinge so weit genommen. Das ist Schmerz-News. Du bist richtig. Wir müssen die Blutung verhindern, damit wir unseren Armee eine Chance geben können. Das Gespräch beendet. Ich erinnere mich an einem Zeitpunkt, als die Abundanz die Kräuter-Jewel von Mars war. Die Epitome der Beste der Doktor, Technikern und Wissenschaftler. Aber heute, diese Bright Minds sind... Oh, die Horror! Eine Travestie, die Zachariah nicht zu erzählen. Die Violust Scandal von all. Meine Kollegen, die nicht weg sind, sind in Re-Education-Campen. Gigant-Brainwaschen-Centers. Dieser Spiegel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel-Könel. Unddem sich die Oh yeah! Wie war's denn? Wie war's denn? Uh.. Ich weiß es. Wie war's denn? Sie sind ziemlich persuasive. Sie haben mich überzeugt. Ich werde versuchen, das auch zu meinen Peers zu tun. Natürlich, mit unanimem Fokus und Direktur, es wird noch lange dauern. Es wird noch ein paar Monate sein, um unsere Leute zu retten. Aber wir müssen die Mannen, die alles begonnen hat. Ein unglaublicher Gespräch wird in ein paar Stunden. Und ich habe keine Angst, dass es mit guten Nachrichten endet. Oh shit. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Hä? Auf einmal haben wir es gerade geschafft. Wie, das war es schon? Oh, wir hätten zuerst mit dem Richter reden sollen, glaube ich. Au, habe ich was falsch gemacht? Scheiße, ich weiß nicht, war das jetzt richtig? Oder war es falsch? Allgemein. Hä? Okay. War es jetzt falsch? Okay. Verdammt. Sprechen wir mal mit dem Buchmacher. Machen wir mal seine komischen Sachen hier. Hey there, Newblood. Machen wir mal die dritte Runde der Nationalmeisterschaft. So. Hello there. Ready for a fight? A challenge? Letzte Runde der Meisterschaft. Mach das mal. Au. Boah, das war knapp. Au. Wow! Na komm! Yay! Geschafft! Juhu! Serum! Letzte Runde der Meisterschaft! Zweite Herausforderung! Uh oh! Ah! I'm done! Oh! Daneben! Scott! Daneben, Scott! Oh nein! Miss Scott da liegt! Letzte Runde der Meisterschaft! Zweite Runde heraus! Und jetzt! Warum hast du es immer auf mich abgesehen? Danke sehr! Oh! 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 Ich hab meine Angriffe abgeschmettert! Verdammt! Boah! Oh! Hä? Was? ich hatte doch 22 gesundheitsintektionen wo waren die denn da 20 stück hatte ich wo waren die alle ich habe ein paar Oh, hell you up. Wow. Wow. Geschafft Hier speichere ich mal ganz kurz So Speichern Nächste Runde Ernsthaft Alter, das darf nicht wahr sein Entschuldigung Entschuldigung Verdammt Aber ich könnte es schaffen Entschuldigung 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 Bedeutet das jetzt das ich im O4 wieder willkommen bin Oder bedeutet das nicht Ich weiß es nicht. Ich werde nicht immer noch vom ASC angegriffen. Ja, ich bin immer noch ein Verräter. Oh, ich hau doch alle zu brei hier, ey. Aber offenbar sehen wir mal noch ein Verräter. Das ist doof. Okay, mein Freund, ich würde sagen, ich beende dann hier die Folge. In der nächsten Folge gehe ich mal zurück nach... Oh, was ist das denn? Nach Noctis zurück. Ich gucke mal eben. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Und gucke mal, ob ich dann nochmal Gloria finde. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.